Hallo Leute, willkommen zur wahrscheinlich letzten Aufnahme von Pokémon. Bloody Bloody in den Käfer waren. Ja, es wären nur noch zwei Trainer, dann ist dieses Spiel beendet. Ja, und ich bin relativ aufgeregt. Wie gesagt, könnte das als einer eines sehr schweren Projekts werden. Diese Aufnahme. Und, ey, ja, ich gucke mir nochmal mein Skarabon an. Ja, Steinhagel. Und, da weiß ich schon, was ich vergessen habe, was ich jetzt machen sollte. Leute, ich sollte Skarabon die Flinkklaue geben. Könnte hier vorteilhaft werden für diesen Kampf. Ja, Lucian, glaube ich, heißt der Typ. Ich glaube, sein Name spricht dann so aus. Ja, und ich spreche nochmal, falls ich nicht gewinnen sollte, falls ich Reset machen musste. Ja, das muss ich sagen. Und dann müsste ich Skarabon wieder die Flinkklaue geben. Und das kann neffig werden mit der Geschwindigkeit. Aber egal, Leute, ja. Ich mache mir eigentlich nicht so große Sorgen. Ja, er ist nicht Pokémon. Ich habe Steinhagel. Und wenn ich immer schneller bin, dann hätte eigentlich alles ganz gelaufen. Das ist meine Theorie in Kurzform. Und ja, er fliegt mir Zafd aus, was ich mir schon gedacht habe. Ich hätte das so in Erinnerung. Oh, Reflektor, okay. Boah, ja, das ist schön. Ja, Top-Genesung. Boah, jetzt sieht das noch, dass so wenig Sondersensor, ja. Ja, das ist gar nicht so blöd für mich. Hm, ja, okay. Sondersensor. Ich mache meistens mal immer Hypertränke. Hm. Sondersensor, ja. Ich mache erst mal ein bisschen so weiter. Check, dann musst du gleich nachlassen. Das. Ja, das ist auch okay. Das macht mir eigentlich auch nicht viel aus. Ich muss so ein bisschen testen. Äh, ja. Das will irgendwie nicht. Jetzt wechsle ich mal. Ich hoffe, es macht... Nein. Hm. Hm. Ach, komm. Komm, komm. Komm, wir res... Oh, was mache ich denn da? Ich würde sagen, ich filme. Ich erzähle dir mal. Das ist jetzt... Äh, ja. Toll. So. Okay. Okay. Ein neuer Versuch. Das war jetzt erstmal die Testphase. Aber gut. Versuchen wir es nochmal. Perfektor. Steigen, Harry. Jetzt habe ich nicht geklickt. Das war blöd. Nochmal. Vielleicht bin ich schneller, bevor ich mal Reflexe machen kann mit Steigen, Harry. Das wäre immer toll. Nein. So, das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Ja, ich wollte die Schwierigkeit schon gar nicht mehr runter. Nein, egal. Gegenstab, das habe ich jetzt auch kein Genuss mehr dazu. Bei denen, was das mit mir abzieht. Komm. Sondersensor. Ich glaube, jetzt passt es nochmal Sondersensor, das weiß ich. Ne, jetzt passt es natürlich Donnerblitz. Ist ganz lügig. Kippertrank. Natürlich. Oder ist es zum Donnerblitz? Ich glaube es irgendwie nicht. Ne. Reflexe. Das funktioniert nicht mehr. Jetzt greift es natürlich einfach an. Ja. Nein. 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 Taktik ändert, so funktioniert es nicht. Probieren wir es mal mit der Eingestellfahrungstaktik an Anfang und dann aufwusten. Probieren wir es einfach mal. Das mit Scaraborn und F-R-Mess-Steinkacke draufhauen funktioniert nicht so ganz wie ich das heute. Also müssen wir es anders machen. Da es sowieso was eigentlich so als Reflector macht, habe ich eigentlich eine gute Chance dazu, das hinzubekommen. Also wird man nochmal sehen. Jetzt rege ich mich noch nicht auf. Nö. Ist alles noch ganz okay. Ich habe erwartet, dass es Probleme gibt, also was soll's. Wäre ein bisschen zu einfach ohne Probleme, aber gut. Nochmal. Ja, komm. Neuer Versuch. Zockt das, ja. Komm. Am besten mit der Reflector gleich. Nö, natürlich macht das die Donnerblitz. Gut, ich hoffe jetzt einfach, dass ich irgendwann Flinklauer aktiviert, dann läuft das. Oder er macht doch Reflector vielleicht. Angst von beiden. Ja, sehr gut. So. Hm. Sehr schön. Oh, oh. Ist das jetzt blöd? Weg. Leute, Feuer. Ja, sowas war irgendwie klar. Aber jetzt haben wir Scaraborn. Ja, Leute, Feuer. Ja, okay. Ja, komm. Den Angriff hast du nicht so oft. Ja, mega. Beleben wir Scaraborn. Oh, es ist genau ein Donnerblitz. Oh, das reicht, Alter, sogar. Ich weiß, du hast jetzt Dings zu machen. Leute, Feuer. Ha, geht daneben. Sehr schön. Oh, Gigasauger. Oh, Gigasauger. Das ist jetzt doll. Gigasauger. Okay, Donnerblitz ist schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen blöd wieder. Donnerblitz. Donnerblitz. Hm. Ja, komm. Hat eine Idee. Wirst du es hier überleben, Donnerblitz, glaube ich. Ha, Gigasauger auf jeden Fall. Toxin daneben, das ist blöd. Ach, Mann, warum hat Toxin eben nicht getroffen? Oh, Mann, Mann, Mann. Wie blöd. Komm. Nee. So würde ich das machen. Komm. Donnerblitz wird auch nicht ewig. Gigasauger jetzt aber. Ich fasse es nicht. Was? Oh, warum treffe ich nicht? Was ist denn der Scheiß? Ja, komm. Jetzt mache ich das so lange, bis es wieder Gigasauger versucht. Kann doch nicht sagen, ey. Dreimal schon daneben. Boah, wie eine Paralyse. Geht's noch? Komm. Das mit der Paralyse nervt mich langsam. Jetzt regt's mich auf. Kann gar nichts sein, ey. Gut, jetzt kann ich mir einfach nur bei der Hilfvertrank benutzen. Ja, mach Donnerblitz. Jetzt reicht's mir. Ich weiß jetzt so lange, bis ich kriege, was ich will. Ich komm. Ja, das wollte ich. Wo ging's volltreffen? Mann. Okay. So. Jetzt kann's nun wohl sterben. Jetzt gehen die Angriffe aus, glaube ich. Okay, Beleber. So. Cherox. Oh, Genesung. Ja, mach das. Schwertanz 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 Das ist perfekt eigentlich, jetzt kann ich erstmal den Angriff boosten und sagen, es ist Genesung gemacht Dippt ist noch eine Weile, kann mich auch nicht mit nichts anderes nerven und ich kann erstmal beleben, was sehr gut ist Ja, mach weiter, das Gift würde ich sowieso querisch besiegen So Hoho, das gibt noch schon verdammt Torenschaden Ja, okay So Wegeschlag Ja, komm Feilen noch mal was So Oh Ja, aber das, das habe ich geahnt Feuersturm, okay Das ist okay Feuersturm, hm Ist okay, ja Ist was falsch, na egal Noch Noch zweimal Ich muss so sagen, ängstige Feuerstöcke Ich weiß einfach mal Viermal Ich kriege mich da nicht drauf auf, dass es jedes Mal getroffen hat Egal Was soll's Sonntag, ha Steinhagel Doppeltäquitiv Solarstruck, ha Verzweiflung ist das wohl Lugia Ja, ja, wir haben jetzt noch Slatborn und ich flinklaue, versuchen wir's mal Oh Gott, Luftschuss Alles klar, da brauche ich Scherox und seinen Gestalttyp Der könnte das gut überstehen Luftschuss Gut, daneben Beleben wir mal dich Reflektor, ja Mach das Sehr schön Jetzt läuft's doch wieder Luftschuss Okay, Freitreffer, der war jetzt unfair Mal sehen, was jetzt kommt Mal sehen Züchschub, ja Jetzt, jetzt hab ich das Jetzt hab ich das so gelegt, da wo ich's haben will Jetzt hab ich's Jetzt hab ich's Ja, mach weiter, mach weiter, das ist perfekt Jetzt hab ich so viel gewonnen Theoretisch gesehen Ja, okay Oh, ein Volltreffer Der war ein bisschen jetzt Der war jetzt ein bisschen im Kult, aber Na egal Jetzt kann ich mich drüber kaputt sagen Schwertanz 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 Reflektor, okay Ich heil nochmal ein bisschen Ja, mega, ja Hier So Dann stich nochmal ein superdrank Okay Kreuzschere So Ach komm, egal Okay Okay Ich halte, bis der Reflektor nachlässt Ja, superdrank noch für dich Na egal Ja, ist auch nicht falsch Ich heil nochmal ein bisschen zu meinem Getränke Reflektor funktioniert nicht mehr Sehr schön Oh Mann Kreuzschere geht natürlich aus Äh, nein Hm Nein Hm Nein Hm Blöd Elixir Top 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 Äther Ich würde die Läuphi Engel Ausgewertet Intacke Einfach Und fecht Den nicht Auf Kreuzschere Fliegelstack Volltreffer Haha Lol Zapdos Kommt Wieder Ich schläft Hier noch Sehr schön Hm Ja Soviel dazu Ja Volltreffer Meine ganze schöne Alles weg Was ich mir gerade aufgebaut habe Alles weg Das finde ich schon wieder unfair Total unfair Mein Problem ist, dass wir langsam mal die Leber ausgehen und ich noch immer einen Kampf vor mir habe Das ist nicht überhaupt nicht gut Komm Ja Sehr schön Das fehlt ja noch Okay Ja Ja Äh Äh Shit Steigen Steigen Hagel Steigen Hagel Weg 67 Viertel noch Scheimen Das war's Dann geht bei Okay Das war's Denkampf habe ich Succe gewonnen Schwer Schwertanz Okay Ist das weg Goldscherer Tschüss Lucian Lucian Ist besiegt Jo Der ist down Er ist down Er ist weg Er ist weg Vom Fenster Puh Oh ja Leute 17 Minuten Okay Jetzt bin ich nur noch 10 Dann habe ich es eng Dann habe ich es tatsächlich Geschafft Dann ist es verbracht Ich glaube es echt nicht 0 3 Will ich aber nochmal Ausgehen Dann habe ich noch 11 für den Kampf 11 11 soll für diesen Kampf Reichen Das 0 2 Toppeleber Habe ich ja noch Wie ich die ganze Zeit Überauf gehoben habe Das darf ich nicht vergessen Und die Supertränke Jetzt noch weghauen Puh Jetzt wird's Ganz interessant So 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 Volk Jetzt sind alle Apien Apien nochmal Durchgucken Ja Das ist eigentlich Was ich jetzt Braucht habe Sind Schlafbruder Aber naja Was soll's Ich will mal Ja so So Ich wollte Schere Hm Hm Adiales Adiales Braucht doch Adiales Braucht doch Vier Teil Toxin Wieder Ja Ja Steigen Hange Bei Scarabon Aber ich glaube Den Kampf Brauche ich jetzt Gar nicht so Sehr Was habe ich Jetzt noch Ein Top Elixier Und ein Top Eta Ja Okay Nach Bären Die Apien Nei Nein. Ne, sieht nicht so aus. Oder? Ne, ne, ok. Dann würde ich sagen, ich gebe das Top-Ether für Adiados und Toxin aus. Und das Top-LX hier kriegt dann, ja, Xerox. Ja, ich würde in dem Kampf dann auch mit Natalic Smetbro und Schlafruder mal versuchen. Das probiere ich als allererstes jetzt aus. So. Oh, ich will auf Xerox, verabte. Äh, ich mache Xerox jetzt runter. Ja, ne, nicht. Habe ich Xerox jetzt echt runter gemacht? Das kommt mir nicht so vor. Äh, ja. Attacken voll aufgefüllt. Mehr kann ich jetzt auch nicht mehr machen. Okay. Ich kann es jetzt wieder runter machen. Hin und her. Was war jetzt? Zum Speichern. Hm, das war falsch. Aber ich bin so aufgeregt. Ich war nur noch 4. Ich war alles verkehrt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die 21 Minuten sind es jetzt schon wieder. Oh Gott. Nach einem Kampf, dann habe ich es geschafft. Ob ich gegenüberstehe, ich weiß es nicht. Ob er mich jetzt total zum Durchdrehen bringen wird oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Der letzte Kampf, dann ist es vorbei. Dann habe ich es vollbracht. Dann... Oh Gott, ja, noch einmal. So aufgeregt. Verdammt, verdammt, verdammt. Aber egal. Ich werde mir jetzt noch mal eine kleine Pause gönnen, um mich ein bisschen zu beruhigen und mich auf den letzten Kampf vorzubreiten. Nervlich und äh, ja. Wir sehen uns dann gleich wieder. Also, ciao und bis gleich.